Und versteht sowas eh nicht. Halt, das ist der falsche. Ach ja, richtig, da habe ich geladen nach dem, ja, ja. Ah! Ah! Das Geräusch klingt sogar ähnlich. Also wenn wir den Laser abschießen, kann ich da auch rauf fliegen? Hey, ich kann da rauf fliegen. Ich kann da auch wegfliegen, also. Jetzt denkt sich so ein Scheiß aus. Ja, gut, das Scheiß war gut genug. Ah, fick dich. Fick dich, schieß ja noch mehr auf mich. Ja, hast du recht. Bleib halt mal unten. Das hat echt verdammt viel Ähnlichkeit mit so einem Reaper. Jetzt stirbt doch einfach, du Scheiß-Missal. Ich habe keine Orbit-Kugel-Dingsbums-Dinger mehr. Fällt mir gar nicht. Das läuft wieder so hinaus, wie bei einem... Ah, wie bei diesen Fleischklumpen. Jetzt, ich treffe die Dinger nicht mal. Was ist denn das für ein Schrott? Nach jedem Dings speichern. Ich glaube, den kriege ich auch wieder nicht tot. Darf ich nochmal neu anfangen? Ich habe keine Munition mehr. Hören wir mit irgendeiner anderen Waffe. Was heißt denn nichts da? Da muss noch was da sein. Wie will ich denn da reinkommen? Ja, richtig. Ich bin rein teleportiert worden. So war das. Ich fliege einfach wegen dem Kreis. Jetzt will ich das Video in die Länge. Ja, schieße gegen die Wand. Ich hätte jetzt gerne noch die Kanone aus Mass Effect 3. Die man kriegt, nachdem man... Also die man kriegt, um den Reaper, also... Um den orbitalen Luftschlag... Äh, Luftschlag. Orbitalen Luftschlag, ja. Ein Luftschlag aus dem All. Genau. Kennt man ja die ganze Luft im All. Anzufordern. Das wäre jetzt viel Lust hier. Dann hätte ich jetzt wahrscheinlich auch schon gewonnen. Ja, das lohnt sich so richtig, so weiter zu spielen. Schieß mich tot, schieß mich tot. Ah, 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 ah. Was willst du? Nicht doch mal Deutsch, scheiß Ausländer. So, was darf ich in meinem Land leben? Ich bin auch klar, dass die da reinkommen. Oh nein, ich hätte gedacht, er schießt seinen Laser aus. Was macht er jetzt erst richtig? Ja, richtig. Jetzt kommt der schissene Laser. Ja, da hinten ist ein Loch. Kann ich da... Kann ich mich da drin verstehen? Oh. Schön, dass es jemand sagt. Ich habe ein Loch zum Verstecken. Wenn ich mal nimmer will. Wenn ich sterben will zum Beispiel. Oder ihn nicht treffen will, ja. Das ist das Loch super. Das ist das Loch super. Ich verbrauche mehr Munition. Ich verbrauche mehr Raketen als für ihn. Stirbst du bitte? Ah, das ist doch dieselbe Scheiße wie beim letzten Mal. Auch bei diesem Fleischclub technisch. Das wird auch wieder nix zu werden, habe ich das Gefühl. Warum halten die Dinger auch immer so viel aus? Ah, 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 ah. Ah, der ist doch ganz grüß. Irgendwas. Aber ich bin viel nicht so toll wie du. Viel nicht so toll wie du. Ohne erkennt man, dass Deutschland ein Tor geschossen hat. Man hört irgendeinen Idioten schreien. Ah, ah, ah. Verstehe nicht, wie man sich Fußball angucken kann. Ist das langweilig, oder? Ja, gut, dieses Spiel auch. Ah, jetzt hör auf, die Raketen soll ich schießen, du. Das sind Noob-Methoden. Spielst du wie Dämon. Ah, jetzt... Was? Nein, das ist doch die falsche Waffe. Egal, ich hatte eh keine Munition mehr. Das wird wieder genauso wie bei diesem Fleischclub mit dem Himmel rauslaufen. Bin ich mir sicher. So tötet man einen Reaper nicht. Da braucht man größere Kanonen. Na, kommt rein und wer dann direkt. Zielerfassung. Deine Mutter hat Zielerfassung. Jetzt ich. Ich schieße doch was zur Hölle. Ach, komm, da kommt man rein und dann wird man gleich von irgendwie zwei Milliarden Dingern, die nicht exportieren, wenn man drauf schießt, beschossen. Und ja. Zielerfassung. Ah. Jetzt hau endlich ab. Nervs. Ach, jetzt kommen wir gleich wieder. Scheiße. Dafür wird man mal eine Waffe holen erst. Ich habe nur noch ein Leben. Nee, stirbt schon wieder nicht. Ach, halt die Fresse. Ach, stirbt doch. Wie er nicht stirbt. Sehr schön. Stirbt. Doch einfach. Ach, jetzt kommt der Scheiße schon wieder. Hau ab. Ich habe im Moment gedacht, der wäre tot. Aber das war bloß mal eine Explosion. Nein, nicht Retrojax. Nein, nicht Zielerfassung. Ach. Bin mir mal angefallen und stirbt. Sterben. Nein, keine Zielerfassung. Zielerfassung ist böse. Ach, wie soll ich doch da reinkommen? Zielerfassung. Glaubt es kaum. Ich bin schon ganz unten. Zielerfassung. Wie kommen die da rein, Mann? So, so sind es. Hätten die Zielsäulen und Raketen-Drecksdinger in diesem sein müssen. Zielerfassung. Oh, ich habe schon wieder nichts mehr. Töne mich mal. Sollst du mich töten, du stinkendes Drecksding. Ich fliege dir hinterher. Äh, ich bin... Hahaha, du fliegst mich nicht. Äh. Ah, ich höre den Kopf. Das war aber lustig. Können wir das nochmal machen? Hey, da bin ich sicher vor seinem Laser. Geil. Höh. Nein, nein, nein. Ihr kriegt mich nicht. Ihr kriegt mich nicht. Du kriegst mich. Oh, der Powerlaser hat mich bekommen. Naja. So, letztes Leben. Ich glaube, wir springen den Level dann einfach. Ich habe keinen Bock, das jetzt nochmal alles zu machen. Wieder mit... ...zwei Milliarden Leben und... Nein, das Ding hat... Ach so! Wieso stirbst du nicht? Wie weit muss ich denn noch reinschießen? Ach, haut doch ab, ihr scheiß Minen. Spürb. Spürb. Ach, nicht Zielerfassung. Nein, nicht Zielerfassung. Das kostet mir noch mehr Munition, Mann. Ah, Fick dich. Piss dich. Tu mir einen Gefallenen und stirb endlich. Stirb einfach nicht, dieses Ding. So, wenn es jetzt nicht stirbt, dann... Zielerfassung ist nicht mehr. Dafür habe ich keine Munition mehr. Ja, nix. Stirb, schiff, schiff, schiff. Stirb. Stirb, schiff, schiff. Es ist tot. Oh, okay. Und jetzt? Äh... Habe ich gewonnen, hey. Okay. Ein Kristall, V-Zufer, acht Goldbars. 75 von 103, reicht ja wohl. Nein, 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 nein. Da starten wir gleich mal. Zum Main-Menü, ne? Äh... Äh... Gefängnisschiff, Astridensstützpunkt, Biosphäris. Na. So, unterirdischer, komplex. Das ist echt komplex. Analysen, homolografische Strukturprojektionen haben Edelmetallvorräte aufgezeigt, die in verschiedenen Teilen dieser Seuchteneinstimmung versteckt sind. Scans, Folge, sind die Sicherheitssysteme online und funktionsfähig. Schießen sie auf alles, das sich bewegt. Ich bewege mich auch. Soll ich auch auf mich schießen? Hm. Wozu mache ich das gleich nochmal? Ich meine, nach dem unterirdischen... Nein, 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 nein. Sicherheitsschalter für Strahlen und Türen suchen. Tickes Tal irgendwas. Ich meine, nach dem einen Ding... Oh, es geht auf. Sesam, geh mal auf. Hab ich auch einen Schalter, um die Gegner abzuschalten? Hab ich auch einen Schalter, um Atombomben abzuschieben? Lalalala, die Munition nehme ich gleich mal mit. Sonst geht sie mir nachher beim Endgegner wieder aus. Wenn es der hier auch wieder einen gibt. Was ich mal nicht hoffe. Überraschung, Endgegner. Ich meine, nach diesem einen Coup wurde mir doch schon gesagt, dass ich... ...schon mehr als genug Geld hab, um den Rest des Lebens gut zu leben. Verpisst dich. Verpisst euch. Gut, die Zielerfassung hier funktioniert. Das hab ich sowas nicht. Ich will auch so Zielerfassung haben. Ah, verpisst euch. Verpisst dich. Amix ist der kleine Ton schon mal tot. Ah, ist doch die Großtürme und alles ist gut. Für ein Demo wollte mal ein Feedback-Street für mich machen. Also erstellen. Wurde schon gemacht. Hat im Moment gedacht, die Trümer werden auch Gegner, die dann irgendwie da wären plötzlich. Wir haben auf das Feedback gespannt, du. Krieg ich wahrscheinlich eh nie, aber hey. Traut sich Dämon nicht. Hat Angst davor, dass ich nur mit meinem Skill voll plättel. Das ist wohl irgendwas Dummes sagen. Ich hab spontan nichts eingefallen. Kappe absprengen. Was für eine Kappe. Die auf meinem Kopf. Ich hab doch gar keine Kappe auf. Muss ich vielleicht eine Angst anziehen? Ich soll nur eine Kappe anziehen. Wenn ich aufnehme. Eine Aufnahmekappe muss jetzt. Ein Konversationshut. War das ein Hut? Ja, das war ein Hut damals. Damals. Ja, die Sinsenfolge gibt's jetzt nicht mehr. Hey. Hört ihr auf zu erscheinen? Dieses wahllose Setzen von Gegnern. Wir fliegen mal besser nicht in diese, äh, Grütze. Glipper. Das ist ein Atomzeichen drauf. Wenn ich das drücke, fliegt alles in die Luft. Und ich hab gewonnen. Das haben wir aus Tygnyukim gelernt. Ich muss jetzt wieder zurück, oder was? Nö, aber fliege einfach mal zurück. Hier richtig, man muss ja immer drauf schießen. Schalter nicht aktiv. Gibt's ja nichts, was irgendwie mal einen Schweißbrenner hat. Äh, muss ich mir diese Kombination hier merken? Nein, 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 nein. Ausgeschlossen. Das ist viel zu komplex. Oder muss ich doch durch die Grütze fliegen? Nee. Hä? Nö, nö, nö. Ich spring mal die Krabbe ab. Kann ich hier irgendwas kaputt schießen? Nicht so wirklich, ne? Vor den Rotstich, ne? Ey, es ist abgestürzt. Woho. Freu mich. Was muss ich hier machen jetzt? Ich kapier's nicht. Muss ich dagegen fliegen? Ach, im Notfall dieses Panzersichere... Äh, das... Schlagsichere Glas einschlagen. Ach, verdammt. Geh auf, du Scheißglas. Hä? Ich kapier's nicht. Ich kapier's nicht. Äh, das ist nur Deko, glaube ich. Vielleicht, eventuell, möglicherweise. Geh mal auf. Vielleicht ist da oben jetzt noch was Neues. Aha. Mhm. Ja, wie mein schwules Auge gleich entdeckt ist, ist das weiterhin ein näherer Raum. Geh. Ich hab... Rass mich! Rassistisches Tor. Oh. Kriegsbomb. Äh. Hä? Ich kapier's nicht. Das vielleicht, was so blubberst. Äh, äh. Äh, äh. Ah, okay. Hat das funktioniert? Was? Die Dachtür aktiviert. Ach so. Was zur Hölle ist denn hier kaputt? Der, 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 der Dingspunkt ist gestiegen. Ah! Was zur... Ach, was war das denn jetzt? Geht ja mal gar nicht. Was ist da? Das geht so nicht. Und was ist das da unten? Ich will es haben. Hä? Ich hab's nicht eingesammelt. Äh. Was für ein Laser? Mission. Äh. Jawoll. Das ist eine Waffe, die ich brauche. Das ist genau die Waffe, die ich haben wollte, möchte. So, die Schutzschilderung haben wir uns auch noch. Man steht ganz gut da. Ja, ich hab die Munition gar nicht mitgenommen. Oh. Hat sich richtig gelohnt reinzufliegen. Äh, Licht. Licht. Och, nö. Das lassen wir gleich nochmal. Diesmal mit etwas weniger gefühlt, bitte. Und mehr Gewalt. Ich hab keine Panzerung. Ich hab nur... Plastik, fantastik. Ich hab Laser, Mann. Ist aus wie so eine kleine Straße. Eine Straße aus Laserstrahlen. Keck. Was war das denn schon wieder? Tür nicht aktiv. Was ist das? Ach, wenn es hier grün leuchtet, dann ist es Strahlung und dann muss ich warten, bis es dunkel wird. Nein, auch nicht. Was weiß ich. Ergibt keinen Sinn. Ich würde meinen Laser nicht verlieren. Ich will mal nicht in dieses System hier kommen. Was jetzt ist es? Ach, wenn ich das Ding berühre. Die Wände. Ach so. Dann ergibt das natürlich überhaupt gar keinen Sinn. Ja, du mich auch, Wand. Ihr mich auch. Laser gefällt mir. Ja, mit einer Kugel wahrscheinlich. Also in der Theorie hatte ich die Kugel gestreift. Deswegen stürzt die jetzt mal. Praktisch hatte ich nichts getroffen. Aber theoretisch, ne? Das reicht ja. Ja. Da ist auch das Ausweichen viel schwieriger, finde ich. Hui. Guck, das habe ich mich umgedreht. Ich habe mal einfach so. Ich könnte natürlich auch in meinen Rückspiegel schauen, aber. Okay, das andere ist eine Mine, die ich.